Ikea? Ja? Da waren wir auch mal. Ich weiß es noch, als ob es gestern gewesen wäre. Da haben wir nämlich unseren Julius Konstantin bekommen. Wir haben ihn aus diesem Kinderparadies mitgenommen. Was denn? Ja, wenn sich die Eltern nicht melden? Der Ladislaus ist halt zeugungsunfähig, seit er beim Polo vom Pferd geschossen wurde. Kann ich ja nichts zu. Sagen Sie, lachen Sie?